Servus YouTube und herzlich willkommen bei einem weiteren Chewing Together at Super Mario Bros. U! Das letzte Mal haben wir aufgehört direkt vor diesem Schloss mit dem fliegenden Boot da rum, mit einer Echse, die eine Afrifrisur trägt. Heißt, die Läden ist Pendelfest. Geh mir mal rein. Pendelfest. Was? Baby Josch, bleib draußen. Baby Josch, bleib draußen. Ach verdammt. Jetzt haben wir keine Chance. Pendelfest. Lass mich einen One-Up holen. Nein, einen, einen großen. Hier. Wow, wow, wow. Nein, 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 nein. Lass mich los. Mikey, das war sehr uncool von dir. Okay. Du hast ihm sein... Komm mal rüber hier. Komm mal rüber hier. Ja, wir sind schon da. Das Dome ist jetzt, ich bin jetzt wieder gefährdet, was das angeht. Und so runterfallen und so. Scheiß, ne? Ja, ich unterstütze euch. Ach dann. Ja, okay. Alright! Nein! Mann! Das war doch eh nur normale Pilze, oder? Aber das hätte Punkte gegeben! Ach Scheiße! Shit, shit, shit! Wow! Nein! Daniel! What do you do? Nein! Nein! Verdammt! Ich hab mich... Verloh! Da ist was... Gibt's... Hier! Vorsicht! Nein! Boah, bleib stehen! Okay, jetzt über. Nein! Oh Gott! Okay, jetzt... Verdammt! Warum bin ich im Spiel so unglaublich? Die interessierten Zuschauer können ja einen Blick auf unser Leben werfen. Nein! Boah! Ja, 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 ja! Sehr schön! Wuhuuu! Ha! Mein Cousin ist gerade zur Tür reingekommen. Oh Gott! Schmeckt! Weil ihr uns hier selber gerade ein bisschen... Nein! Warum bist du weitergegangen? Warum bitte? Sehr leid, ich werde abgelenkt. Wovon denn? Ich kriege dich. Sehr schön. Von deiner Lebensanzeige, dass du 24 Leben hast, oder was? 24.000. 24.000. Oh, ja, sehr schön. Okay, lass mich! Einer von euch, also... Daniel, du sollst das Ding da holen. Ja, warte, ich muss dich aber von oben anfangen. Wow! Du musst überhaupt nicht von oben anfangen. Ich komme mit der Steuerung überhaupt nicht klar. Also bitte das... Spring, dann nochmal den Sprungknopf. Einfach so, dann gleitest du durch die Luft. Das ist glaube ich, nicht schütteln. Nein, ich bin auch immer nur Kinder. Ich habe alles im Griff. Alles im Griff. Ossi! Oh, oh, oh! Oh, oh! Daniel! Verdammt! Du hast Schuld. Jetzt sei auch keine Schuld. Nein! Du hast Schuld! Mach weiter. So, nochmal rein da! Was hat sie die erste Frage gesagt? Ohne Baby-Luigi? Äh, Luigi, ohne Baby-Luigi! Ohne Baby-Luigi? Ohne Baby-Luigi? Was ist denn der Admit? Die willste das einfach nicht. Ah, tschacke. Jetzt tust du das auch. Leute, das machen wir mit einem Sprung. Bäm. Wow! Dankeschön! So, Dani, das machen wir hier. Fertig. Ding, Mann. Nein! So, jetzt. Okay. Wo ist es hier? Ich muss mir. Ich hab's! Ich hab's. Nimm du ihn, ich hab ihn sicher. Ja. Okay. Das ist ein roter Lützen. Eins. Zwei. Oh, ich wünsche euch! Fünf, sechs, komm, das packen wir schon noch. Felix! Felix! Nein! Okay, dann will ich. Da will ich. Oh, du Scheiße! Okay, ich bleib überleben, bitte, bitte. Ich bleib hier so lang stehen, bis ihr alle... Nein, 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 nein! Wie, na, 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 na. Okay, na, okay. Das? Genau deswegen. Ja, aber du hättest auch einfach auf die Plattform kommen. Nein, 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 nein. Felix! Los! Nicht auf meinen Kopf! So. Nein! Oh! Okay. Dankeschön. Dankeschön. Hab ich gerne gemacht. Danke, 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 danke. Das ist grad ein ganz schönes Wasser. Wasserkreis. Das war jetzt voll. So, ich mach... Also unsere Skills hier, die sind halt echt scheiße. Unerreicht. Wartet doch einfach ein bisschen! Wartet doch einfach ein bisschen! Vorsicht! Daniel, aber trotzdem... Okay, Achtung! Ja, ich muss hier trotzdem rumspringen, weil sonst wird das Ding! Oh nein! Überleben! 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 Kommt jetzt aber schnell! Ich bin da, ich bin da! Lass mich durch, Daniel! Was denn? Jetzt bin ich tot! Ja, besser du als ich. Boah! Ich hab schon gedacht, was geht denn Töln so blöd auf die... Boah! Wir sind da! Ich hatte am Anfang von Level 24 Leben! Sie hatten am Anfang... Ich weiß, ich bin noch nicht so aufgesprochen! Ich hab 12! Ne, ich glaub ich hatte sogar noch mehr! Boah! Ne, 24! Oh ja! Ich bin viel schneller als die alle! Aber ich will da rein! Lass mich! 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 Okay, der schmeißt jetzt wieder Bomben, ne? Lass mich! Ach! Ich hab die Bombe aktiviert! Schön! Oh! 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 Oh ja! Gut gemacht! Gut gemacht! Check it like! Oh yeah! Oh yeah! Machen platt! Machen platt! Als du's gesagt hattest, war's schon geschehen! Ja, is ich einfach! Is ich! Der Pilz ist größer als ihr beide zusammen! Alright! Yeah! Uhuhu! Weltgeschoss! Verschritte! Heißt das jetzt immer, dass wenn wir immer ein Level mit Baby Yoshi beenden, dass wir den im nächsten Level dann auch wieder haben? Sieht wohl so aus! Das ist ja auch so! Ich will immer Baby Yoshi! Spichern! Spichern! Bitte bespichern! Spichern! Spichern! Daniel, kannst du gut in die Uhr? Gut in die Uhr! Andy, kannst du sagen, wie spät hier ist? Da läuft eine Uhr in die Uhr unten! In 6.50 Uhr? In 6.50 Uhr! Ja, dann haben wir noch mal 7.30 Uhr! So! Was kommt jetzt? Sandkuchenwüste! So! Ich mach auch Kuchen! Meine Mutter macht sehr guten Kuchen! Auch Sandkuchen! Auch Sandkuchen! Sandkuchen kommt doch aus Polen! Das stimmt sogar! Pol euch gleich hoch! Das war bloß ein Kompliment, dass polnische Frauen sehr guten Kuchen machen! Ja natürlich! Mach mal hier Level und so, ne? Achso! Teil der Gesichtsfelsen! Du bist ein Gesichtsfelsen! Und du bist ein Gesichtsfelsen! Okay, ich bin Baby Yoshi! Ich bin... Ich bin auch Baby Yoshi! Okay! So, jetzt hab ich auch noch Baby Yoshi! Dankeschön! Bitte! Das war sehr nett von dir! Wow, 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 wow! Wow! Achtung! Fluggehörnchen! Fluggehörnchen! Wow! Wow! Das war knapp! Oh Gott! Oh Gott! Nein! Nein! Okay, bleib da! Ich hab da was! 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 Nein! Warum bin ich... Warum bin ich in einer Kugel? Ich bin mein Baby Yoshi! Baby Yoshi! Baby... Oh nein! Okay, scheiße! Sorry! Sorry! Baby Yoshi hätte nichts klar gemacht! Nicht! Noch nicht! Wer weiß noch? Okay, da kommen Münzen runter! Koppa! Koppa! Nein! Ich hab jetzt weggeschmissen! Komm mal kurz zurück! Bisschen zurück! Okay, 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 okay! Danke! Ah! Sehr gut! Geh da rüber! Ah! Er hat den Koppa gegessen! Okay, mein Baby Yoshi hat zu wenig! Nein! Nein! Koppa! 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 Koopa! 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 Michael! Nein! Ich nenne den Koppa! Es ist mir egal wie du ihn nennst! Koppa Mondial ist übrigens ein Fußballschuh von anders! Ach! Koppa, natürlich! Koppa, jammer! Nein! Ich hab meinen Baby Yoshi fallen lassen! Ich auch! Ich nicht! Oh Gott! Ich bin tot! Daniel! Jetzt wartet kurz, bin ich dabei, weil das ist mein Baby Yoshi! Du bist im Gesicht... Äh... Felsen! Was? Nein! Ach komm schon! Ich will jetzt nicht... Koppa, koppa, koppa! Fünfmal verrecken! Okay, dann ist der jetzt... Ich denke ich jetzt mit! So, geh ab! Au! Und ist das eigentlich Bernd das Brot? Da im Sand? Das sind Felsen? Schon! Ich mein... Ich mein wer sonst? Okay, ähm... Müssen wir da nicht... Du kannst nicht schlampfen mit... Ach so, ich kann nicht schlampfen... Dann mach mal hier... Schlamf mal! Stampf! Stopp! Stopp! Tu es! Natürlich! Ich glaub dein Nachbarn... Ich mein, das musste ja passieren... Daniel! Daniel! Ist das dein Ernst? Mir hat sie... Ich wollte uns gerade so schön, schön... Hier runter... Kann man da runter? Äh... Wahrscheinlich da rechts... Vorbei... Ah! Nee, geht nicht... Keine Ahnung... Wir haben's probiert... Wir haben's versucht... Funktioniert einfach nicht... BAAAH! Was tust du auch... Hüß... 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 Der Felix ist irgendwo rein... Da oben bist du hier ist immer noch... Das ist dann so... Wo bin ich? Da! Ich... Oh nein! Nein! Wo bin ich eigentlich? Ach da oben. Ich bin aus dem Bildschirm. Ah! Wow! Filspepper, bitte! Komm mal hier. Da stehen, so. Dankeschön. Daniel. Oh nein! Fliegerkörper. Cooper. Wasser. Nimmer! Flieger, Cooper! Nein! Nein! Du lebst doch noch! Ja, ich lebe auch noch. Was machst du denn für den Stress eigentlich? Du stirbst die ganze Zeit! Daniel, du hast doch zwei Leben! Ich weiß! Du hast noch zwei... Verdammte! Deswegen, ist es gewohnt. Sehr schön. today-de-de-demdem. today-de-dam-dam-dam-dam-dam-dam. Das hab ich für nichts zu raus. Ein Gewill! Okay. Uuh! Nein, nein, nein! Nein! Verdammte! Deswegen auch immer. So. Okay! Ja, super! Ja, super. Zauber. Nice. Das heißt, gute Arbeit. Du hast ich schon genug Leben. Ja, gute Arbeit. Dein Lob von Felix, Wahnsinn. Gute Arbeit, doch trotzdem für die zwei Ideen. Also ganz ehrlich, ich will dich mal als Boss haben. Ich will dich als Boss haben. Ja, als Endgegner. Das blöde ist, dass ich als Boss nichts tauge. Wir gehen nach rechts, glaube ich. Das ist ein Rabbit. Aber er klaut was und er war schwarz. Hängt das zusammen? Ist Mario rassistisch? Was? Mach mal hier. Oh nein, ich schenke, ich soll mein Zeug gewopsten und blablabla. Okay, also. Möpse. Im Plural. Das bedeutet für Brüste. Ich will sagen, wir verfolgen ihn, oder? Nein, ich bin jetzt zu faul. Wir haben gesagt, wir machen alles. Ich habe gesagt, wir machen alle Level. Nicht jeden kleinen Scheiß. Wie viel Uhr? 12,6. Ich verstehe nicht, warum du hier nach oben stehst. Er ist Richtung Eichen eingeflogen, blablabla. Das erklärt er uns wahrscheinlich, dass wir mich nicht verrühren. Machen wir den nicht. Nein, das ist Toad. Wer hilft Toad? Ich bin Toad. Zurück. Nein, bist du nicht. Balancan. Doch. Toad ist nur der rote, die anderen sind komplett andere. So, ich entscheide. Es ist Bonuslevel da. Wie ist Bonuslevel? Da rechts. So. Pilzhaus, Mann. Wie toll. Aber sein Toad ist nicht da. Ah, ne doch. Das geht doch. Ah, okay. Wir müssen uns jetzt auf das konzentrieren, was wir nicht haben wollen. Genau. Jetzt ist noch der Weiß. Okay. Okay. Also, okay. 2. Ich merke mir die beiden, die wir haben wollen. Ich habe einen, den wir nicht haben wollen. Okay. Okay. I got it. Oh, okay. Die beiden Äußeren brauchen wir nicht, die beiden Mütteren brauchen wir nicht. Die beiden. Nice. Okay. Wunderbar. Gut. Kommt mal rein hier. Okay. Wer springt, ist mehr. Ich habe einen Garten gehört. Langsam. Nicht zu hektisch. Ich stelle mich gerne ins Rampenlicht. Sehr schön. Gut gemacht. Danke schön. Gut gemacht. Wir brauchen diese Art von bestätigen. Nächstes Level. Wir kriegen keine andere. Ich frage mich immer noch, wie man diese Items einsetzen kann. Kann man das über das Gamepad? Machen wir mal. Ich gucke gleich mal. Geh mal weiter. Ne, man kann ja den Sittmetall gehen über Minus. Warte. Ne, war eins. War eins. Ah, hier. Wah, 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 wah. Ah, jetzt. Gib mir mal so einen Pils. Dann musst du es aber wahrscheinlich. Ja. Ach, das wendet sich auf alle an. Ja. Ah, okay. Machen wir hier weiter. Okay, rechts, links. Ja, links. Warte. Das ist schon wieder dran. Rechts. Rechts ging gar gefährlich. Rechts ging gar nicht. Rechts ging gar nicht gefährlich. Irgendwas. Da ist ein Baby-Hastisch. 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 Okay, Vorsicht. Ah, ja, ja. Oh, oh. Und dann schaffst du dich. Nein, nicht reingehen. Nicht reingehen. Warum nicht reingehen? Das Ding doch noch fressen, oder? Ach so. Wahrscheinlich. Schwuchs. Egal. Das, 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 das. Ich weiß noch nicht. Okay, okay. Es ist tot, es ist tot. Wir können runtergehen. Ja, gehen wir mal da rein. So. Also, eure Baby-Hastisch. Ja, technisch. Der war viel zu real. Okay, okay. Ein Kind. Tschüss. Nein! Nein! Ich hab mein Baby-Hastisch geschmissen. Und ich bin gleich hier. Warte, 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 warte. Hier sind ITEMs. 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 Wir sollten mal ein bisschen, äh, uns ein bisschen mehr chillen. Ja. Lass mich auf! Hallo! Sagst du doch, tut mir echt leid, dass ich mich die ganze Zeit so aufrege, echt. Das ist nicht schlimm. Daniel! Du hast mir grad mal den Faden... Nein! Warum will ich doch rein? Das weiß ich nicht. Stirb. Nein. Nein! Hey, Jungs! Jungs! Langsam! Wir haben den Dani getötet. Das ist nicht cool, okay? Gar nicht. Dani hat doch ein Leben. Wir konnten es schaffen, mich mit dem Level noch abzuziehen. Ich spiel dich gegen die Falle und es ist ein Let's Play together, okay? So hab ich's gedacht. Okay, Chewing together. Oh! So lang, bis sich einer rauskristallisiert, den man mobben kann, ja. Ah, der Mann Orangen! Wartet, Jungs, 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 Jungs. Wartet mal. Chippt mal euer Leben kurz. Wo ist die Sandfontäne? Was ist hier oben drin? Felix, geht da mal hoch. Ja. Weiter höher, höher. Rechts rüber. Jawoll. Oh, ja, da ist noch was. So, danke, jetzt bin ich alleine. Den, 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 den. Schaffst du. Komm, jetzt, jetzt beeil dich mal da unten echt. Achtung! Alter! Achtung nicht! Boah! Hallo, ich kann das, okay. Chaka. You can do this, Dani. Nein, 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 nein! Oh, schön! Nein, lass mich, lass mich, lass mich, lass mich, lass mich am Leben! Okay. Dani, du schaffst das. Ja, okay, ich bin tot. Okay, gehen wir weiter. Ich glaube, wir fangen runter. Woohoo! Yes! Ich spiele raus. Geh mal rein. Ich glaube, ich bin geliefert, oder? Oh, ja, ja! Ich spiele nicht aus! Nein! Komplette Mammus. So, das heißt, das Level machen mit Arnis. Okay. Ja. Wo müssen wir rein? Wo müssen wir rein? Wo müssen wir rein? Oh, da ist ein Joshi. Ein richtiges Joshi. Willst du das Richtige? Ich will das neben Joshi. Ja, okay. Aber wo? Ah, hier müssen wir rein. Okay. Darüber. Head in Arnis. Ja. Das Gute an Mario-Spielen ist immer, normalerweise geht man nie richtig Game Over. Außer wenn... Nein! Beim nächsten Level bin ich ja wieder dabei. Joshi! Das denkst du? Oh, wow! Das sind Orangen. Ja, viele. Ich will da nicht hoch, verdammt. Wie sieht es aus wie wenn... Da ist es! Es springt! Jawoll! Warte, ich will... Das ist meins, das ist meins, das ist meins! Achtung, da ist seine Blöcke! Lasst mich doch in Ruhe, ihr Flederneuser! Joshi, ist alles auf! Wie viel Ding hab ich da? Oh yeah, Frostblumen! Okay. Bringt dir das was, wenn da auf dem Joshi sitzt? Was? Mir? Doch, ich kann die Dinger fressen. Achtung! Warte, ich kann das hier auch weiter fliegen und solche Sachen. Warte, das ist mein, das ist mein Pilz. Wäsche. Warte, den hole ich mir. Bumms. 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 Boah, das ist lang. Ach ja, wir haben euch wieder drauf. Wir haben dir ein extra Leben verschafft. Okay, Fescher. Okay, los geht's. Aber ich will es euch jetzt auch nicht... Ja, versau es uns nicht. Mach keinen Scheiß, echt. Mach keinen Lust. Felix. Nee, ernsthaft, da hört es dann auch bei mir auf, weißt du? Nein! Baby-Arschin! Okay, los geht's. Jungs hoch, Jungs hoch, Jungs hoch. Ich geh jetzt da drauf. 4.000? Jawohl. Wow. Bei wieviel Minuten wäre das? Wir wären jetzt bei 18 Minuten. 18 Minuten? Ja, ich glaub, da müssen wir auch Schluss machen. Machen die Yoshi? Yoshi winkt. Mann. Arschloch. Hey. Stimmt doch. Stimmt doch. Stimmt doch. Wir sind jetzt schon beim Endgame, dann machen wir davor noch das an, aber wir machen jetzt hier, jetzt kann dieser Stelle nochmal Schluss. Ja. YouTube, danke fürs Zuschauen, like mich auf Facebook, schaut auf unserer Website vorbei und wir sagen Servus und bis zum nächsten Mal. Wiederschauen. Bis dann. Sehr gut. Pring a Info. Schmmont glory im T Du gehen auf den, dann maps. Was esa mirو blann oder MM? klich? Was einst mir, wenn du mal CIU주 tja, das É, dass du hast dich gemacht hat? Was das auch schon mal in okay. Vielen Dank.